Also wenn man Kartoffeln haben will, einfach mal packen. Ja, aber früher war das noch nie so heftig wie jetzt. Wie viele Zombies hast du jetzt schon gekillt? Wie viele Zombies hast du früher gekillt? Und gab es früher schon Kartoffeln? Ja, ja und ja. Ich glaube, als erstes wird mein Inventar voll. Das brauchen wir auch nicht, das brauchen wir nicht, das brauchen wir aber, das brauchen wir nicht. Das können wir immer so machen. Oh Scheiße, das war jetzt so, aber nicht geplant. Das ist auch kaputt. Meinen auch. Oh, sie tragen dir bei dir näher gerade ein Zombie. Hat sie schon gesehen. Wow, Grieber. Oh, Sand. Also. Dafür benutzt man TNT. Ja, aber da verlierst du auch sehr viel Sand. Oh. Wir haben noch genügend Schichten. Willst du das ganze Sand, den ganzen Sand? Ist ja nicht so, dass wir ein Ozean vor der Haustür haben. Oh, aber das ist dann doch anstrengender als ein Land zu fahren mit Sand. Unter Wasser. Da baut die ganze schöne Landschaft. Ja, deswegen sage ich ja, dass wir nicht alles, äh, nicht alles mitnehmen. Ähm. 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 Dunkelholz. Ne. Aufs, äh. Dunkel haben wir ja doch einige. Und ich bin da fast der Meinung, doch das ist das dunkle, ganz dunkle Holz. Nein. Das ganz dunkle ist Dark Oak. Hier ist ja Bruce, das hier ist das Tannenholz. Ja, aber Tanne war das dunkle. Nein, das gab noch, ähm. Oder war das noch nicht in dieser Version? Nein, 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 ich glaub, ich glaub, das ist schon das dunkle. Zack, zack, zack. Schau doch einfach im Wiki nach, wenn du jetzt Klaus... du hättest jetzt recht. Wie viel Holzorten es gibt? 5, ne 6. Eichenholz, Bichtenholz, Birkenholz, Tropenholz, Akazienholz und Schwarzeichenholz. Na ja, dann müssen wir versuchen wir eben... Wir suchen als erstes, bevor wir wirklich was bauen, holen wir bei uns alles Holzorten. Fliegen wir in Notfall... schauen wir in Notfallzeugen überall rum. So, komm Drachen. Wie ich es genau gewusst habe, dass die Schaufel dahinten kaputt geht. Wie viel hast du jetzt? Ähm... 5, 6 und 16. 6... Wo ist die Schaufel noch? Eine Komplettteile und die, die ich in der Hand halte. So... Es schau ich dir ein bisschen noch zu... ... 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 was macht denn jetzt noch eine software kaputt das war zu viel ja du kannst ja auch hier einfach weitermachen also na gut dann haben wir jetzt so viel wo wir jetzt erstmal wieder benutzen müssen oder wo wir jetzt haben weiß nicht sauber so dann können wir dann kann es losgehen hier hoch jetzt geht es noch mal zurück weil wir haben jetzt keinen platz mehr und danach fangen wir an erstmal das zu bauen was wir bauen wollen du hast keinen platz mehr ja ich bin voll ich mich hat es das schnee und das sand so viel platz braucht ihr das haus nicht so viel platz du hast ja den stehe genommen wo bist du ja ich glaube ich habe selbst zurück ich glaube ich mache mir jetzt einfach einen kompass kompass braucht redstone und normales also redstone in mitte und eisen außenrum vier eisen außenrum hier wird angrenzen zum redstone ok die landschaft sieht auch schon wieder so geil aus